Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, dass Game Freak gehackt worden ist und einige Daten von Pokémon bekannt gegeben worden sind, von ganz alten Sachen, teilweise aus der Game Boy Color Zeit, na wo mehr Game Boy Advance Zeit, bis auch zu zukünftigen Projekten oder Projekten, die eventuell nie erscheinen, weil sie einfach eingestellt worden sind. Und heute dreht sich mal alles um Legenden Z bis A, Leute. Also alles, was jetzt gleich kommt in dem Video, könnte sehr wahrscheinlich echt sein und könnte auch so im Spiel sein. Es ist nicht viel, über was ich reden möchte, also keine Sorge, es gibt jetzt hier keinen kompletten Story-Spoiler oder so. Aber nur, dass wir vorgewandt sind, es kann sein, dass die Informationen auf jeden Fall echt sind. Wir fangen mal an und es gibt ein paar Mega-Pokémon, die bestätigt worden sind. Eigentlich drei Mega-Pokémon, also einmal Zyrgarde, aber ich finde, das war irgendwie klar, dass Zyrgarde eine Mega-Entwicklung bekommt. Und Zeraora, da war ich sehr überrascht, weil eigentlich ja mysteriöse Pokémon, ich glaube, außer Dianzi, glaube ich, keiner eine Mega-Entwicklung hatte und Zeraora ich generell sehr, sehr cool finde und ich da eine Mega-Entwicklung auf jeden Fall feiern würde. Und wo ich ein bisschen überrascht war, das zu lesen, war Rosanna. Ja, Rosanna soll eine Mega-Entwicklung bekommen und das ist auf jeden Fall interessant. Soll irgendwie ganz niedlich aussehen. Bin mal gespannt, wann da immer die ersten Bilder kommen, weil das auf jeden Fall, ja, ich weiß es nicht. Rosanna hatte ich nie auf dem Schirm eine Mega-Entwicklung geführt haben. War ein Pokémon, was ich irgendwie nie gespielt habe. Legenden-Set-Bus-A sollte eigentlich 2024 erscheinen. Das wäre anscheinend laut Daten so geplant gewesen. Ich finde, es wirkte aber auch so. Betrachten wir mal das ganze Jahr. Hatten wir am Pokémon-Day im Februar ultra wenig Infos, außer halt den kleinen Trailer, wo man kaum was gesehen hat. Wir hatten den August-Stream nicht, der normalerweise eigentlich immer von Pokémon dabei war in den letzten Jahren. Und generell kommt dies ja auch kaum was raus. Ich glaube irgendwie, dass auch vielleicht sogar die neue Switch dieses Jahr erscheinen sollte. Und alles sich um ein Jahr verschoben hat und deswegen ist auch dieses Jahr so ein bisschen leer. Aber das würde zumindest passen, dass der Release für 2024 geplant ist. So wie es da steht, soll das Game auch für die aktuelle Switch erscheinen. Und der Liga kann das Spiel schon spielen. Also er sagt zumindest, in den Daten war eine Spiel-Test-Version drin. Also eine PC-Version, die zum Testen des Spiels genutzt wird. Einfach wahrscheinlich, um Fehler zu finden und sowas. Und diese Version spielt er oder hat er gespielt. Er sagt, dass das Game aber auch nicht ganz fertig ist. Also Nebenquests noch nicht drin, Hauptstory teilweise noch nicht fertig. Was aber auch Sinn macht, das Game kommt ja auch als nächstes Jahr raus. Dass sie jetzt noch nicht final fertig sind, dann hätte es auch dieses Jahr erscheinen können. Macht irgendwie Sinn. Er sagt, und die nächsten Punkte finde ich waren irgendwie klar. Die Grafik sieht moderner und besser aus als Legenden Arceus. Ich meine, das ist hoffentlich auch richtig so, weil ein Nachfolger sollte besser aussehen. Genauso wie das Spiel größer ist, auch dateimäßig. Was auch Sinn macht, warum sollte denn der Nachfolger kleiner sein? Das sind so Sachen, wo ich denke, okay. Dann sollte Flunschtling wieder mit dabei sein. Ich weiß nicht, ob Leute das Ultra feiern. Ist auch ein Pokémon was? Ja, ist ja wie da. Finde ich nicht ganz so cool. Eine Sache, die ich auf jeden Fall sehr interessant finde, ist, dass der Shiny-Sound zurück sein soll. Das wäre natürlich wie bei Legenden Arceus. Wenn ein Shiny in der offenen Welt aufploppt, dass ein Sound kommt und man das hört. Finde ich cool. Weil das hat mir bei Kamsin und Popo ein bisschen gefehlt. Ich habe bestimmt ganz viele kleine Shiny-Pokémon übersehen. Das ist natürlich, Leute, die Person eine fertige Version des Spiels spielen kann. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, weil oft ist es ja so, wenn, ich sage mal, Dateien eines Spiels gehackt werden, dass Entwickler oft mehr Arbeit haben, manche Sachen umzuschreiben. Weil man könnte ja im Vorfeld schon irgendwelche Tools für Hacks und den ganzen Kram entwickeln. Keine Ahnung, ob das bei Pokémon auch der Fall ist. Ob das eventuell auf den Spiel-Release sich auswirken kann. Das kann ich nicht ganz genau sagen. Was ich theoretisch eigentlich gut finde, ist, dass der Hacker sagt, er wird keine weiteren Daten aus dem Spiel veröffentlichen. Er wird auch das Spiel nicht veröffentlichen, sodass es kein anderer spielen kann, außer er im Endeffekt. Was ich reintäglich gut finde, weil es wäre doof, wenn das Game jetzt den Umlauf machen würde. Weil das würde wahrscheinlich den Release komplett zerstören, wenn es Leute vorher spielen könnten, die Masse. Dann würde es auf jeden Fall, ich denke mal, Konsequenzen haben wir den Release. Das finde ich eigentlich gut, dass er das nicht macht. Er sagt, er wird erstmal keine Bilder posten. Darauf schließt halt viele, dass die Bilder und kleinen Videosequenzen, die man aktuell im Netz findet, fake sind. Weil man kann heutzutage ja sehr, sehr viel selber machen, wenn man es einigermaßen drauf hat. Deswegen, wenn ihr irgendwo Videos oder auch Bilder zu Legenden Z bis A seht, was von Leakern sein soll, bedenkt, dass der Typ, der es gehackt hat, zumindest gesagt hat, er wird nichts davon preisgeben. Also könnte es gut sein, dass Bilder halt auch fake sind. Also da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Das war das, was ich letztens schon gesagt habe. Es wird jetzt sehr, sehr, sehr viel im Umlauf kommen, die nächsten Tage, Wochen. Ich denke so, dass der Entwickler, also der Hacker im Endeffekt vielleicht mal kleine Sneak Peaks macht. Dass er sagt, hier, keine Ahnung, es ist Weihnachten und man bekommt irgendwie ein Bild. Ob er sowas macht, das kann man schlecht sagen. Aber man muss da ein bisschen aufpassen. Ja, allgemein, wie gesagt, haben wir jetzt nicht viele Infos zu der Intelligenten Z bis A bekommen. Was ich aber eigentlich auch ganz gut finde. Ich meine, die paar Megas, das ist ja nicht schlimm. Aber alles andere würde ich schon gerne irgendwie später, sagen wir mal, selber spielen. Oder halt auch einfach über Trailer halt sehen, wenn Pokémon das selber postet. Bin halt mal gespannt, wie das Ganze jetzt so weitergeht. Ich meine, es gibt ein optionelles Statement von Pokémon. Das habe ich auch während des Jahres schon mal eingeblendet, wo sie drauf reagieren. Die zugeben ja, dass sie gehackt worden sind im Endeffekt. Ja, wir hatten das Thema schon. Ob es unbedingt cool ist, dass Nintendo gehackt ist, finde ich jetzt nicht. Oder Gamefuck besser gesagt gehackt worden ist, finde ich jetzt nicht. Aber wenn ihr euch fragt, wo ich die ganzen Bilder oder auch Infos her habe. Ich gucke damals immer bei Light. Der Link ist in der Beschreibung. Genauso wie bei Central Leaks. Die haben sehr, sehr viele Infos über die Liga verteilt. Und die beiden verfolge ich eigentlich schon seit Jahren. Und bis jetzt hatten die eigentlich wirklich nie große Scheiße veröffentlicht. Deswegen würde ich sagen, den beiden kann man vertrauen. Genauso wie es ja auch noch den Riddler gibt. Aber der Riddler hat zu den ganzen Leaks nicht so viel gepostet. Außer zum Beispiel hier sowas. Ja, wir uns ZPSR Gaming ist coming und er postet halt Zeraora und Zürgade. Ja, damit kann man schon mal sagen, dass auch er es bestätigt. Dass wir im Endeffekt mega Zeraora und mega Zürgade bekommen. Sieht man auch, dass es vom Riddler sogar bestätigt wird. Ja, sonst haben wir hier ein paar Bilder. Ich weiß nicht genau, ob er zum Beispiel hier mit uns was anteasern wollte. Das hat er ja auch gestern gepostet. Ob er damit vielleicht sagen wollte, es kommen auch noch eventuellen Megaentwicklungen. Was im Prinzip, aber ja, Tornupto hatten wir ja schon gehabt. Also wir hatten kein Mega-Tornupto, aber wir hatten Tornupto ja bei Legenden-Archios gehabt. Deswegen glaube ich nicht, dass es auf Megas anspielt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was der Riddler mit diesem Bild gemeint hat. Ja, sonst wie gesagt, zu anderen Dingen. Aus den Leaks werden wir nochmal drüber quatschen. Es gibt noch ein paar Sachen, die Einzelvideos verdient haben, wo wir drüber quatschen werden. Da wird die nächsten, ich sag mal, Tage-Videos kommen. Nochmals in der Nachtrag zur Zygarde, das habe ich gerade gefunden gehabt noch. Aber wie immer wird hier bestätigt, dass Carlos mit Paldea verbunden ist. Zumindest eine Connection, nicht verbunden, aber eine Connection besteht. Wir haben ja auch im Endeffekt, dass Zygarde im Anime auftaucht bei Pokémon Horizons. Und auch da die Mega-Form vorkommen soll. Also da wird es irgendwo eine Verknüpfung geben, weil Horizons ja auch im Endeffekt in Paldea teilweise spielt. Oder den größten Teil in Paldea spielt. Also auf jeden Fall ist da irgendwo eine Connection. Ich bin mal gespannt, ob wir in Legenden Z bis A auch Verbindungen zu Pokémon sind und Purpur haben werden. Ob es da irgendwelche Connection gibt, ob es vielleicht ein Spiel ist, was danach spielt. Oder ob es eigenständig ist. Ich bin echt mal gespannt. Aktuell gibt es so extrem viele Infos. Ey, das ist echt krass. Und man muss erst mal sondieren, was überhaupt alles richtig real ist. Aber ich würde sagen, Leute. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wie seht ihr das? Freut ihr euch auf Zeraora, Zygarde oder auch Rossana? Ich finde, am coolsten fand ich eigentlich Zeraora, dass es mega kommt und dass der Shiny-Sound zurück ist, weil den habe ich echt vermisst. Ja, damit ich sage, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und ciao.